moin leute was gehabt hier ist wieder euer geist heute möchte ich euch zeigen wie das versteckte t aus dem ladebildschirm bekommt von der aufgabe trickschuss und zwar müsst ihr dafür hier im welt hier oben bei der brücke so dann springe ich mal ab das ist hier die brücke im norden wie ihr seht leute ist hier noch eine große brücke wo wir gerade dran vorbeigeflogen sind aber das ist hier diese kleine genau auf meiner markierung sorry tut mir leid genau auf der anderen seite bei der munitionskiste müsste dass sie dann auftauchen das tee auftauchen so das war es falls euch das video gefallen hat leute lasst doch ein abo da ein like mit mir freuen und ansonsten bis zum nächsten mal was gut